Schreib einen Text, doch jeder sagt, hast dir ein bisschen Zeit. Ich kann dich doch für den zu stoppen, bin ich viel zu weit. Afro-Trap ist das wahr? Eins bis zehn, was sagst du? Na, ne neun. Ja, suited Ding, auch wenn der Junge schon damals ein Bonster war, ne? Und das ist manchmal sehr schön, aber manchmal auch sehr verletzend. Hacke für jeden da, sag Allah, so ist es richtig. Turtle walk it in, man. Turtle walk it out, motherfucker. Turtle sea walk, man. This time Millennium Ridiculous Flo- Hahaha, yeah, man. Oh shit, man. Krokodile, den Morfuckers. Bruder, Arab, komm, force off the reels, man. Habibi, man. Ja, 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Kanal, man. Und Sun is burning, Alter, einmal drauf, Arab, komm. I like that, man. Ey, Kommentare unter dem letzten Video, richtig geil, Bruder, hast du gesehen? Hat mich richtig gefreut, Mann. Danke für euren Support, Alter. Leon Lovelock Army, brutal killer, Bruder. Geile Community, wa? Hammer, hammer. Richtig nice, Alter. Mich hat es auch gefreut auf jeden Fall. Danke euch für die liebe Leute. Und heute machen wir eine Live-Reaktion von der Straße. Bevor es losgeht, mir ist es ein bisschen kalt, ein bisschen performant. Performant. Und zwar haben wir heute das Lied von Ravka Mora, Corleone. Und ich muss schon sagen, ich habe das Video mir schon ein-, zweimal angeguckt. Und ich muss sagen, der hat einen richtig geilen Vibe rübergebracht mit dem Video irgendwie. Beim ersten Mal hat es mich nicht so gecatcht, aber beim zweiten Mal habe ich mich wirklich darauf eingelassen und habe das Gefühl mitgekickt, was er, glaube ich, vermitteln wollte. Es ist eine richtig diepe, epische Atmosphäre, so ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist. Und ja, ich finde es auf jeden Fall nice und ich bin gespannt, was die Leute auf der Straße hören zu sagen, Bro. Ja, Mann. Ich würde sagen, es ist du das, mein Alter. Wie war dein Name, Leon? Genia. Genia. Was bist du für ein Landschro? Äh, Russin. Russin? Okay, cool. Was hörst du für Musik privat? Ähm, House, R'n'B und ein bisschen Russisch. Ein bisschen Russisch? Okay. Auch Rap so? Äh, eher weniger. Eher weniger? Gibt es so Russischen Rap? Gibt es da irgendwas Cooles so? Ja, schon, aber ist nicht mein Ding. Ist nicht dein Ding? Und Deutschrap? Äh, ein paar Sachen sind schon gut, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich das hören muss. Ja. Was kennst du so, was hast du auf dem Schirm? Ein paar Namen oder so? Ja, Kollegah halt. Kollegah, ja? Mhm. Okay, krass. Kollegah, ähm, das war es eigentlich auch schon. Ja, echt, ja? Kollegah ist am Start auf jeden Fall, jo. Okay, ich zeig dir was Freshes, Neues. Ist gerade rausgekommen und du sagst mir deine Meinung, ja? Schreib einen Text, doch jeder sagt, hast dir ein bisschen Zeit. Ich kann nicht aufhören zu stoppen, denn ich bin viel zu warm. Wie soll dein Augen-Vibes? Haha. Kniebeugerin! Guck dich mal nicht, Alter von dir! Haha. So, und erstes Eindruck, was sagst du? Also der Rapper an sich, kann ich nicht viel zu sagen. Kennst du nicht? Nee. Graf Camorra noch nie gehört? Nee. Aber die Melodie ist schön. Ja? Die mag ich ja. Ja. Gibt so ein bisschen Sommerfeeling, ne? Ja, ein bisschen. Fast zur Sonne jetzt gerade. Genau. Okay, und Feedback so? Insgesamt das Lied? Ähm, ja wie gesagt, die Melodie an sich ist ganz schön. Mhm. Video? Video ist auch ganz okay, ja. Ja. Du bist aber nicht so begeistert. Also haut dich jetzt nicht vom Hocker, sagst du? Ich sag ja nichts. Mit meinem hab ich nicht vieler Mut und... Ja. Aber kann man sich anhören, sagst du? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Ja, klar. Gibt Schlimmeres, ne? Ja, ja, klar. Cool. Vielen Dank für dein Feedback auf jeden Fall. Danke auch. Schönen Tag wünschst du dir noch? Kommst gar nicht aus Berlin? Nee. Okay. Na ja, okay. Dann schönen Abend noch. Äh, Abend, Tag. Der Tag hat nicht mal angefangen, Dick. Okay, mach's gut, ne? Ciao, ciao. Yes, man. Coole Reaktion auf jeden Fall, ja? Auf jeden Fall, Bro. Ist ein bisschen früh, muss ich sagen, an der Stelle. Natürlich, an der Stelle. Also es ist jetzt... Was haben wir jetzt? Ja, okay. So früh ist jetzt auch nicht mehr, wa? Ja. Video geht ein bisschen falsch. Halb zwölf. Also für unsere Verhältnisse auf jeden Fall früh, sag ich mal. Normalerweise bin ich noch nicht mal wach. Ähnlichkeit ist da. Jetzt würde ich sagen, peace it out. Search for the next one, man. Jetzt gehen wir mal zu unserem Currywurst, Bruder, ja? Yo, yo, yo. Überfall hier. Was ist hier los, man? Sheesh. Was geht's, Bruder? Alles gut, ja? Ja, mit ihm schon aufgeregt. Was, Alter? Klar. Curry, Bruder. Alles nix heran. Dardan. Ja? Dardan war vorgestern hier. Echt, ja? Einschuldet ihr sagen, Kunden außerhalb bekommen nur Schrott, Bruder. Bei ihm hast du ne Ausnahme gemacht, sagst du? Ausnahme, Bruder, ja. Ey, Bruder, ich hab wieder was mitgebracht, Alter. Hast du kurz Zeit, oder was? Für mich ist immer, sagst du? Sagst du eh den, man? Ausfüßig vom Hocker, sagst du? Aber kann man sich anhören, sagst du? Ja, ja. Ich muss mein Bildschirm machen, sagst du, wa? Du kommst grad aus dem Gym, sagst du, ja? Ja. Ist das auch geil, sagst du? Also insgesamt sagst du 1 bis 10, was sagst du? Alles klar, ***. Bruder, ich hab die Schürze um, ich dreh die Würschchen um, ich bin der Sarweiser und ich steh am Grill und mit dem Bierchen hin. Na gerade geh, komm mal wieder aufs Sucker. Bruder, I love you, man. Die Schürze haben da richtig geil. Bruder, zu fragen, was du musiktechnisch feierst, brauch ich ja nicht mehr, haben wir ja schon geklärt im letzten Video. Also einfach mal Kopfhörer auf, Bruder, und deine Meinung, ja? Was? Bruder, aber. Zeig ich dir jetzt, okay. Ich brauch die spontane Reaction, man. Du, Bruder, läuft YouTube nicht, oder was? Ja, YouTube Money ist nicht so krass, wie man denkt, ja? Ja, Holla, YouTube, gib mal ein bisschen mehr Geld, ja. Ich muss mein Bildchen machen, sagst du, was? Ja, Bruder. Ah, diese Corleone? Ja, Bruder. Hab ich gerade gehört, Bruder. Echt jetzt? Das ist krass. Mach noch mal fürs Bild noch mal kurz die Reaction. Es geht um sie, es geht um mich, ich habe mit dir jedes Lied gedeiht. Scheiß auf Wikipedia. Ja, genau das brauchen wir, Bruder. Und, was sagst du? Auf jeden Fall, Bruder, krasses Lied geworden von Rafi. Ja, nee, er zerreißt eh gerade alles so mit Bones. Ja, voll geil. Auf jeden Fall diese Afro-Trap, ist das wahr? Wie nochmal, Bruder? Afro-Trap. Sorry, aber ich höre voll schlecht gerade. Afro-Trap. Genau. Ja, ist auf jeden Fall geil. Feier ich von dem Typen. Ja, das gute Ding, auch wenn der Junge schon damals ein Bonster war, ne? Ja? Echt, ja? Ja, er hat doch im Schloss oder so gewohnt. Krass. In Frankreich, ja, Mann. Also schon als Kind, oder was? Ja, hat er irgendwie in so einem Interview gesagt, dass er als Kind schon im Schloss gewohnt hat. Ah, schon privilegiert? Ja, ja, nee. Schon mit goldenem Löffel auf die Welt gekommen. Okay. Andere nimmt sich mit goldenem Löffel das Leben. Ja. Und er ist mit goldenem Löffel auf die Welt gekommen. Ach so scheiße, Dicke. Schlimm, ja. Aber trotzdem, man soll jeden seinen Hack gönnen, oder so? So ist es, Bruder. Hack ist für jeden da, sag Allah. So ist es richtig, ja, Bruder. Cool, Bruder, Alter. Ja, irgendwie. Fresh, Alter, Dicke. Was hast du, was hast du, was hast du? Ja, schön, Bruder. Abwandt, Bruder. Abwandt keine Erecken. Hier, hier. Abwandt den, Mann. Einmal. Killer, Bruder. Danke dir, ja. Wurde Sprudel, Kim Sprudel, Bruder. Bruder, ganz still einfach. Stille den. Also Leute, peace out, Kille und Lovelock. Mein Bruder am Herz, ja. Immer wieder gut am Bereich, ihr wisst. Bescheid, Mann, F***er. Nächster Kandidat ist am Start. Wie ist dein Name, Dicke? Chris. Chris, ich bin der Leon. Hi. Freut mich auf jeden Fall. Du kommst gerade aus dem Gym, sagst du, ja? Ja. Cool. Wie lange drehst du schon? Ähm, jetzt ein Jahr circa. Ja? Ja. Ist gut aus, he. Stabil auf jeden Fall. Danke. B, sowas in die Richtung. Ja? Ja. Vor der Techno ist auch okay. Techno auch geil, sagst du? Ja. Okay. Und Deutschrap-mäßig so? Hast du was auf dem Schirm? Äh, ja. Nicht so mein Metier, ne. Echt, ja? Ne. Wieso? Ich bin selber Sänger und es ist nicht so meins. Ach, du bist Sänger? Ja. Ach, krass. Was machst du da für Musik so? Deutsch auch? Nein, Deutsch auch, aber eher so vorwiegend Englisch-Pop. Echt, ja? Ja. Dann hau mal eine Line raus, Dicke. Ne, jetzt nicht. Ich bin krank so ein bisschen. Ah, okay. Okay. Ich zeig dir jetzt ein freshes neues deutsches Musikvideo. Okay. Und du sagst mir deine Meinung dazu, okay? Okay. Let's do it, man. Hier sind die Kopfhörer. Wie viele Minuten hab ich Zeit? Dicke, ich zeig dir das, sag ich mal so 30, 40 Sekunden. Okay. Und dann sagst du mir einfach deine Meinung dazu. Okay, passt. Okay. Komm mit in, man. Ich mag den Beat. Und? Was sagst du? Der Beat ist echt cool. Den Beat feierst du? Ja. Kennst du den Typen? Ne, sag mir jetzt gerade nichts auf die Schnelle. Rav Camorra. Schon mal gehört? Ne. Warum nicht? Nein. Gar nicht. Beats sind zu gut? Beats find ich super. Rap? Ja, ist ja eher so Gesangsrap. Das find ich ganz geil. Ja, genau. Ja, ist ganz geil. Musikvideo? Auch cool. Ich muss dich richtig ausquetschen, Dicke. Ja, ist cool. Okay. Also insgesamt sagst du 1 bis 10. Was sagst du? Neu neun. Neu neun, ja? Wenn ich das ganze, dann vielleicht eine 10. Okay, cool, Alter. Fresh, man. Respekt und Shoutout an Rav Camorra, Alter. Du wirst schon, wie das läuft, man. Alles klar, Dicke. Hat mich gefreut, ne? Ja, total. Guten Hunger. Ja, wir sehen uns. Okay. Yes, yo, man. Servus. Guck rein, Alter. Bist du online oder was, Mofaker? Ja, wo? Online? Man, come on. Wir gehen jetzt mal zur Radies Barbershop. Ja, ist mein Friseur. Guck dir mal den Fade an. Das macht der Bruder hier immer fresh, ja? Richtig nice und clean. Für mich auf jeden Fall der beste Barber in Berlin. Auch menschlich gesehen so ein richtig Barber-Tüt. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Lass mal reingehen, lass mal abchecken, ey. Ja, Mann. Rade, ihr den Mofaker? Shit. Rade, wass up, ey? Ja, ja, Mann. Wie viel, Alter? Alles gut, ja? Ja, Mann. Alles gut? Alles cool? Das ist Mike von Rega. Das ist der Kollege hier von Rade auf jeden Fall. Check mal den Laden ab. Die machen hier auch Braids. Ah. Check auch mal Rade's Braids ab hier. Ja, Mann. Also, wenn ihr Bock habt, hier vorbeizukommen, kommt auf jeden Fall vorbei. Hier gibt's irgendwie Rabatte oder so für Leute, die von mir kommen. Natürlich. Wenn die sagen, die kommen von Leon Love Love. Machst du... Machst du... Ja? Natürlich. Vielen Dank, Bruder, ja? Ja. Danke, Mann. Ich zeig dir das Musikvideo, du sagst mit deiner Meinung, okay? Okay. Okay. I got it. Und, Bruder, was sagst du? Hey, es ist Kiel, ey. Ja? Ja, Mann. Feierst du ab? Ja, leid da, Mann. Kennst du ihn? Ja, ja. Auf Kamera? Ja, Mann. Natürlich. Ist gut, ne? Ja, ja. Sehr gut. Musikvideo ist auch krass, sagst du, oder? Ja, ja. Sehr gute Qualität, gute Sonne. Ja. Ja, ich mach. Wirklich gut. Cool, cool, cool. Redi ist auch immer fresh unterwegs, hier. Check das mal ab, Alter. Baba Stein immer von oben bis unten. Fresh, Alter. Killer, Bruder. Danke dir, ja? Ja, Mann. Wir sehen uns auf jeden Fall. Alle vier Tage bin ich hier am Start, Mann. Mach's gut, ja? Ja, mach's gut. Ciao. Okay, nächste Kandidatin am Start. Wie ist dein Name? Sham. Ja. Soll ich dich angucken oder da? Wie du magst. Wie es für dich am besten ist. Okay. Sham, was bist du für eine Landsfrau? Afghanin. Afghanin? Ja. Hi, ich bin der Leon. Hi. Freut mich auf jeden Fall. Und zwar, was hörst du für Musik privat? Hip-Hop, R'n'B, Soul, Jazz, aber auch Haus ab und an. Auch Haus, ja? Elektro. Und was ist deine Lieblingsmusikrichtung? Hip-Hop. Hip-Hop? Mhm. Auch Deutsch? Ja, auch Deutschraps. Echt, ja? Mhm. Was hast du da so auf mich hier momentan so? Was feierst du? Ähm, ja, weil ich von der Musikindustrie komme, ist halt in letzter Zeit ganz groß, Kontra K, Bausa, Ufo361, äh, wen gibt's da? JBG. JBG ist krass. Genau. Feierst du das auch oder sagst du nur, okay, das ist jetzt grad Hype so? Ganz ehrlich, am Anfang habe ich das überhaupt nicht gefeiert, aber es ist an mir herangewachsen. Ja. Was machst du in der Musikindustrie, wenn ich so fragen darf? Äh, ich mach Produktmanagement. Ja, ja. Ja. Okay, cool. Fresh. Ich zeig dir jetzt was freshes, neues, deutsches, ja? Und du sagst mir deine Meinung dazu, okay? Hier sind die Kopfhörer. Und? Eindruck? Auf jeden Fall Potenzial, also die Beats sind sehr gut. Und, äh, ja, find ich gut. Rav Kamora, jemand den du kennst? Ja, der ist ja bei uns, bei BMG. Ah, du bist bei BMG? Ja, ja, genau. Okay, krass. Okay, krass. Deswegen kenn ich den. Cool. Ja. Und du nimmst mich jetzt auch unter Vertrag, sagst du, oder was? Wenn du gut bist, ja. Warum nicht? Bis jetzt hab ich noch keine Musik gemacht, so. Ja? Ja, ich hab nur einen Song, mal so einen Intro-Song gemacht. Aber bist du, äh, machst du das gerne? Was denn? Musik generell. Also ich liebe Musik, so. Aber selbst machen? Hab ich noch nicht wirklich was gemacht, muss ich ganz ehrlich zu dir sagen. Ist das etwas, was du gerne machen möchtest? Es ist im Kopf drin, ja. Ja? Weil ich schon von klein auf immer Musik höre und damit aufgewachsen bin. Mein Bruder macht auch Musik und ich hab einfach das Bedürfnis, was zu sagen. Und das würde ich am liebsten über Musik machen, weil über YouTube ist auch cool so, weißt du, über Reden ist auch cool, aber da kann man, ich finde oder ich glaube, über Musik bleibt es nochmal mehr hängen und geht deeper rein so in die Leute, weißt du, wie ich mein so? Das ist es ja, so ein Artist zu sein oder so kreativ zu sein. Ja. Es ist entweder Musik oder halt auch so über Gedichte, was eigentlich auch über Musik verinnerlicht werden kann, weißt du? Ja, genau. Genau, 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 genau. Und die Künstler sagen das, was viele halt in sich fühlen und nicht sagen können. Ja. Ja, das ist halt einfach so. Also ein YouTube-Video zu machen, also die Kamera anzumachen, sich hinzusetzen und zu reden, ist was anderes, wie privat zu Hause zu sitzen und einen Text zu schreiben, so richtig deep aus dem Herzen raus. Das kannst du nicht, wenn die Kamera an ist, du kannst es nur so gut wie möglich versuchen rüberzubringen so, aber du kannst es nicht so richtig aus dem Herz rausbringen so. Es wird immer mehr so, dass es bei mir auch funktioniert so, aber ist schwer. Ja. Es ist schwer, aber ganz ehrlich, du hast nur dieses eine Leben und du musst da so wirklich in, so als Künstler ist es halt so, man ist oft sensibel, weil du gehst in so Bereiche rein, die du nicht reingehen möchtest. Und das ist manchmal sehr schön, aber manchmal auch sehr verletzend, so ein sehr, sehr Struggle einfach. Ja, 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 du triffst auf den Punkt gerade so. Und, und, aber genau das sind dann diese Hits, weißt du? Ja, ja, das sind genau die Sachen, die dann krass ankommen, so. Genau, genau. Weil du auch voll die Wahrheit sagst, du tust nicht irgendwie so einen Filter draufsetzen. Ja, ja, ja. Cool. Cool, finde ich gut. Auf jeden Fall, vielen Dank. Mein Name ist Leon Lovelock. Auf YouTube, oder? Genau, Leon Lovelock. Ich mach mal kurz den Cut, Bro, und dann können wir ja nochmal kurz reden. Pssst. Tschüss. Alright fellas, jetzt machen wir noch kurz eine Selfreaction und dann war es das gewesen mit dem Video, würdest du es sagen, Bruder? Ja, Mann. Selfreacted in, man. Warte. Stellt sich ein Bastard vor mich, bleibt mir immer noch die Waffe für dich. Mein Weg ist der von Corleone. Interesse für nichts. Immer weiter ins Recht. Ah, ah, ah. Keine Angst vor dem Krieg. Nein, so warm ich grad klippt. Mein Weg ist der von Corleone. Auf jeden Fall ein richtig nices Video. Von mir auch Respekt und Shoutout auf jeden Fall an Raph Camora. Der hat in den letzten Jahren auf jeden Fall so krass übernommen. Er ist auch schon länger am Start, so mein Bruder hat den schon gefeiert vor 6 Jahren oder so. Aber jetzt hat er ja einen richtigen Hype gekriegt und da hat er auf jeden Fall meinen Respekt verdient. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Lieder, die rausgekommen sind, da hab ich immer öfters auch mal gesagt, so ey, irgendwie hört sich das für mich alles gleich an. Aber es ist halt sein Sound. Weißt du, er ist nicht der Typ, der das von irgendjemandem nachmacht oder so, sondern er hat den Sound hier in Deutschland etabliert und deswegen hat er auch das Recht dazu, Songs so zu machen, dass sie sich auch ähnlich anhören mit seinem Sound, weil es ist sein Erkennungsmerkmal, sag ich mal so. Ich finde jetzt dieses Video, aber heb dich noch mal ein bisschen ab von den anderen, die er in der letzten Zeit rausgebracht hat, so, weil das hat für mich noch mal einen ganz anderen Vibe so. Das geht mir auch deeper rein. Ja, ist nicht so oberflächlich, ist auch nicht so ganz krass Afro-Trap, finde ich. Ich finde, das ist schon noch, ja, ein bisschen deeper so. Epische Atmosphäre, Video richtig nice gemacht mit den Zeitlupen, mit dem Stehen so, mit diesen eingefrorenen Zähnen. Auf jeden Fall nice. Geile Atmosphäre, feier ich auf jeden Fall, man. Und jetzt würde ich sagen, jetzt do the outro, motherfucker. Ja, let's do it, man. Come on. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde. Das war's jetzt gewesen mit dem Video Live-Reaktion von der Straße zu Rav Camorra. Korleon. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, was ihr von dem Video haltet. Euer Feedback einfach mal rein in die Kommentare. Votet die Dinger hoch. Und schreibt doch mal rein, was ihr vielleicht als nächstes sehen wollt. Welche Künstler vor allen Dingen ihr so auf dem Schirm habt momentan. Würde mich auf jeden Fall krass interessieren. An der Stelle würde ich auch sagen, folgt mir mal auf Instagram. Instagram ist so ein bisschen hinterher. Hinter YouTube und hinter den ganzen anderen Social-Media-Geschichten. Ich würd's feiern, wenn meine Community Love-Log-Army mir auch auf Instagram folgt. Ich war jetzt nie der Typ, der das so krass gepusht hat oder erwähnt hat. Aber ich würd sagen, an der Stelle würd's auf jeden Fall mal Zeit, Bruder, oder nicht? Natürlich an der Stelle. Yes, yes, yo. Oder nicht? Bruder, auf jeden Fall. Let's do it, man, Alter. Und das war's jetzt gewesen mit dem Video. 6, 8. Be unique. Dabei ist alles. Du, ich, Juvie, das loved. Wir sind in 030. Peace out, man. Bruder, eine Sache noch. Was? Deine Community hat beim letzten gesagt, die vermissen den Turtle Walk. Turtle Walk oder was? Turtle Walk it in, man. Turtle Walk it out, motherfucker. Come on, man. Do it, man. Turtle in in, motherfucker. Turtle Sea Walk, man. Turtle in 030. Oh, oh, shit, man. Ey, ich hab nichts gesagt. Tut mir leid. Tut mir leid, Bruder. Hehehe. 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 Tut mir leid. Ja, für die, den seams geht nicht so, die ich über perceber. Wenn ich nochbinatte spekke工作... ... Vielen Dank.